Leute, heute spielen Ben und ich eine freshe neue Folge Poppy Playtime oder Huggi Wuggi oder Huggi Wuggi. Huggi Wuggi. Finde ich persönlich am besten mit Ben zusammen. Aber eine schöne Schleife hat er da. Die hat die Mama gebunden für ihn. Das stimmt, das stimmt. Ist das eigentlich ein Mensch, Nina? Das ist ein Spielzeug, was aber vermenschlicht wurde. Kurze Story vorab, Leute. Wir sind ein Ex-Mitarbeiter der Firma Playtime CO. Und wir kommen jetzt einfach mal wieder. Aber irgendwie sind alle anderen, unsere Kollegen, verschwunden. Warum, Bobeiddy? Wahrscheinlich auf die Valediven Urlaub gesteckt. Let's go. Okay, wir sind jetzt in der Firma scheinbar, in der Fabrik. Hier ist Poppy. Da rennt jetzt dieses Spielzeug rum. Ich höre hier auch rechts was hecheln. Dann wird das, wo es sein wird, lieber in die andere Richtung. Und wir müssen eine Blume finden. Mitarbeiter only. Boah, das ist doch ein Code, Nina. Kannst du den Code? Okay, den müssen wir rauskriegen anscheinend. Vielleicht hat das was mit dem Boden zu tun. Da haben wir Rot, Blau, Gelb, Türkis. Rot, Blau, Gelb, Türkis. Vielleicht ist hier irgendwo ein Code? Kann ich mich hier einhecken? Nein, das hat was mit dem... Du hast ein Item aufgesammelt. Tab to Code, Dings, Items, Items. Eine Videospielkasse, also so eine Kassette. Daher muss die in eine Videokassettenrekorder reinstecken. Komm ich hier rein? Nee. Ah, ich kann laufen. Ah, hier. Ah, das sieht mir sehr... Ah, ja. Vielleicht finden wir jetzt da den Code. Okay, der Typ hat uns einfach gesagt, dass es Bewegungsmelder gibt, die den Alarm lostreten. Aha. Und er hat gesagt, dass es man eigentlich... Oh, kann ich das hier nehmen? Nee. Und eigentlich hat er gesagt, dass wir auch gehen könnten. Aber das wollen wir nicht, weil wir sind keine Angsthasen. Oh, ich höre hier so ganz... Da geht's lang. Ja, aber ich höre hier auch was. Welche Tür, Lina? So eine Memme. Oh, das ist nur... Oh, das ist nur... Oh, das ist ein Spielzeug. Und das ist kein Spielzeug, das uns killen möchte. Ja, es ist nur eine... Also hier müssen wir jetzt safe den Code rauskriegen. Da muss das irgendwo versteckt sein. Wäh. Oh, das hat doch was mit diesen Bodenfarben zu tun. Die Bodenfarben sind aber nicht sehr... Meine Güte, hier sieht's aber scheiße aus. Und warum komme ich bitte alleine auf die Idee, hier reinzukommen? Oh, man. Vielleicht sagt uns der Zug was? Grün. Rosa, gelb... Ach ja, grün, rosa, gelb, rot. Das können wir mal ausprobieren. Grün, rosa... Die Farben gibt's auf jeden Fall. Grün, rosa, gelb, rot. Oh, du bist so klug, ey. Meine Güte, ich bin so gut. Nice. Sicherheitszentrum. Hier ist... Was ist das? Eine Kabeltrommel. Keine Ahnung. Und ein... Stecker raus, vielleicht. ...Major-Stecker. Da kann ich aber nichts machen. Noch eine... Ah, keine weitere Kassette. Zurück zum Kassettenrekorder, Lüe. Ich dachte, hier gibt's einen anderen Kassettenrekorder. Das Unternehmen kann sich nur einleisten. Ach so, okay. Ne, hier geht das nicht rein. Ach, weil der grün ist... Ah, okay. Ah, lol. Okay, das war jetzt deiner. Das ist der Punkt für dich, Ben. Dann musst du hier... Ah, da ist ein Blauheck hier, war jetzt auch nicht schwer zu übersehen. Ah, ja. Ich hab's übersehen. Uah, es ist laut, ekelhaft. Und die Klappe geht auf nach dem Tutorial. Umschnallen. Ah, jetzt haben wir die Arme. Okay, jetzt... Ich denke, jetzt können wir durch diese... Hier, links jetzt lang, da. Nee. Jetzt können wir da doch self-ziehen. Nee, das ist für Sachen zum Ziehen, nicht für mich zum Ziehen. Ja, dann zieh mal das Drehkreuz vielleicht oder so. Nee, das geht nicht. Vielleicht muss ich mir sowas bauen. Ja, hier habe ich leider nur einen. Kann man nicht springen? Vielleicht fehlt mir auch einer. Ja, doch, man kann springen, aber ich wollte noch mal gucken, ob mir ein Arm fehlt. Machen wir einen Arm vergessen, es mitzunehmen? Keine Frage. Es muss ja eigentlich an den Kreuz sind, aber es gibt keinen anderen Weg. Oder rechts raus aus der Tür. Aber das ist ja... Warte kurz, wir bauen uns hier ein. Weil du hier im Weg bist. Oh, scheiße. Ah, guck mal, hier muss ich meine Hand drauf machen. Blub. Oh, das stimmt ja sogar. Tür auf. Okay, mega cool. Und da ist Woogie Boogie, oder wie der heißt. Aber der guckt noch ganz nett. Hallo? Nicht mehr unsicher, Elina. Vielleicht ist das aber auch nur eine Figur. Vielleicht, oh. Also wir sollen wahrscheinlich den Knopf... High five. Okay. Scheiße. Hau ihn in die Schnauze, Elina. Ja, wir sollen wahrscheinlich den Knopf drücken, aber ich habe ein bisschen... Ach, da brauchst du beide Arme, siehst du? Ich habe aber nur einen. Ja, da kriegen wir später noch wahrscheinlich. Da brauchen wir nur einen. Ah, super. Scheiße. Da hat Power rein, Elina. Kann ich hier rein? Nein, hier kann ich... Ich brauche einen Schlüssel für. ...rein. Ist hier ein Schlüssel runtergefallen? Testing. Oh, ich brauche ganz viele Schlüssel. Ich denke, wir müssen den Knopf... No way. Ah, hier geht es nicht rein. Ich denke, wir müssen den Knopf drücken. Welchen Knopf? Da war vor der Puppe ein Knopf. Oh! Der hat den her. Wir haben den Schlüssel. Ich weiß nicht, ob der... Also ich weiß, dass der lebt. Ob das jetzt so eine gute Nachricht ist? Was liegt hier? Ah, ein kaputtes Ding. Ich habe so ein bisschen eine Taschenlampe. Aber viel sehe ich hier nicht. Da ist irgendwas. Das muss ich irgendwie abkriegen. Guck mal. Das ist Mrs. Hagi. Ach, das gibt es auch? Ja. Ah, Strom. Oh! Grab the divert power. Nee, du musst das Kabel da... Jetzt musst du das verbinden irgendwie. Mit dem Turm, wo du gerade warst. Und wie verbinde ich... Ah, okay. Ich habe es gecheckt. Hier ist noch ein Turm. Ah, noch nicht. Ah. Irgendwas ist hier gerade angegangen. Das hat funktioniert. Irgendwas ist hier... Ja, der Tür ist jetzt wieder angegangen. Die Puppe ist weg. Also die Figur. Okay. Hagi-Hagi ist hoffentlich nur kurz zu McDonalds gegangen und bringt uns gleich was mit. Make a friend. Ich habe doch schon einen. Und das ist Ben. Nee. Oh. Hast du das gerade gesehen? Was war das? Was war das Boogie Boogie? Wie heißt das da denn mal richtig? Ich meine, ich habe da gerade was gesehen. Ich will da nicht rein. Ich habe da auch was gesehen, ja. Ich will da aber nicht rein. Aber das ist die einzige Scheißtür, die hier auf ist. Kann ich vielleicht hier durch? Ich ziehe das einfach hier weg. Oh nein, die Tür ist abgeschlossen. Oh, ich versperre mir gleich den Weg, wenn ich abbauen will. Ich habe da gerade ganz deutlich was gesehen. Geht in die Tür, Lina. Was machst du da? Ich will hier rein. Ich will da nicht rein. Da geht es nicht lang. Ah. Oh Gott. Meine Güte. Warte, Lina. Mein Gott. Entschuldigung. Da schreck ich mich ja, weil du mich erschreckst, ey. Hallo? Doch. Hallo? Warum müssen wir denn Hackiwacki überhaupt verfolgen? Ah, wir brauchen eine Kassette wieder. Äh, weil hier ist so ein Kassettenrecorder. Ja, war das rechts, oder? Ist die rot? Wo? Ist der Kassette? Nee, das war nicht. Das hier ist der Kassettenrecorder, aber ich suche die Kassette dazu. Na, vielleicht müssen wir auch nach oben. Da geht es ja auch nochmal weiter. Hab was eingesammelt. Oh. Ah. Ah, okay. Die müssen wir jetzt hier drauf platzieren scheinbar. Remember to tickpricks. Muss ich jetzt hier runterspringen, Ben? Das ist da, wo der gekommen ist, denke ich. Ah, guck mal hier. Ist noch so ein Ding. Wir brauchen alle vier. So, zack. Ein zweiter war der nächste. Ja. War hier nicht auch noch eins? Äh, ich glaube, wir haben alle. Waren das alle? Eine Ewigkeit später. So, wir haben fünf Minuten versucht, hier was zu finden. Aber wir haben dafür die Kassette gefunden. Ja, das stimmt. Die hätten wir sonst nicht gehabt. Das geht das Ding wahrscheinlich an. Du kriegst jetzt deinen zweiten Arm. Jetzt krieg ich das rote, Ben. Jetzt krieg ich das rote. Deinen zweiten Arm. Komm schon, komm schon, komm schon. Das habt ihr mir aber jetzt nicht nett hier hin platziert. Jetzt habe ich beide Hände, Ben. Okay, ähm. Einmal hier, einmal dort. Let's go. Do not enter. Aber wie wir das entern. Halleluja. Wow. Danger. Danger. Ach, hier geht's hoch. Doch nicht. Grab to complete. Ah, das hier muss ich drücken. Grab das doch. Grab das doch. Mann, was bringt denn jetzt wieder falsch? 2000 Jahre später. Ja, da musst du das, wo du gerade dran vorbeigelatscht bist. Das Stromteil. Wo ich vorbeige... Ach so, okay, die muss ich... Ah, Ben erklärt mir hier das Ding. Nee, rechts, du bist wieder dran vorbeigelaufen. Ruhig, nein, falsch Richtung. Ich hab's endlich gerafft. Wuhu. Das hat uns 15 Minuten gekostet. Dich, ich guck nur zu. Oh Gott, oh Gott. Ui, 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 ui. Jetzt bin ich aber eklig. Aber ha, jetzt hab ich das geahnt, dass es kommt. Jetzt leuchtet's nochmal rot und jetzt kommen nochmal Kuscheltiere. Ah. Ich bin irgendwie elektrisiert. Hm, ich hör da. Need power. 63 Jahre, Lina. Nee, 51. Nee, doch 61. Wieso haben wir denn? 2021, ne? Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Oh. Ha. Bin ich schlau. Kassette, hab dich genau gesehen. Die schmeißen wir rein. Hören Sie wir uns an. Glück. Oh, nee, die Stromdinger haß ich ja. Wir fangen direkt an mit der roten, weil scheinbar ist das so programmiert. Nein, guck mal, du kannst das in der Mitte verbinden, dann ist es kürzer. Ach so, nee, aber das krieg ich ja eigentlich nichts mehr. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Leute, mit der Hilfe eines Profi-Rätsel-Experten mit dem Telefonjoker konnten wir das Rätsel jetzt lösen. Das heißt, unten ist die Power. Wisst ihr, was das peinlichste ist? Den, den ich gefragt habe, der konnte mir das innerhalb von einem Versuch erklären, wie das funktioniert, ohne das Spiel jemals gespielt zu haben. Ich fühle mich gerade so dumm. Aber Lobstenken ist echt nicht mein Ding. Power is on. Oh, die Maschinen erwecken zum Leben. Okay, die Maschinen sind jetzt an. Wow. Okay, ich kann hier irgendwelche Sachen aufmachen. Das hier auch. Ah, jetzt haben wir kleine Kuscheltiere. Oh oh, die Maschinen gehen irgendwie kaputt. Sie sind irgendwie abgeschmiert. Kann ich hier rein? Wie, ich kann hier runter? Oh Gott, oh Gott. Oh je, oh je. Guck das Ding mich an. Was ist denn mit dem Ding los? Oh, muss ich das vielleicht hier rein machen? Oh ja. Bin so smart, Leute. Hier geht's nicht. Ah! Oh Gott, oh Gott. Äh. Jo, wir haben ein Problem, wir haben ein Problem. Hier geht's weiter. Oh Gott, oh Gott. Da war Baldi gerade, äh, nicht Baldi. Wie heißt denn der Kuli? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Ah! Oh mein Gott. Ah! Ah! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ah! Ah! Ja! So. Das war's mit der ersten Folge, Leute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich werde mich jetzt verstecken und, äh, habt noch einen wunderschönen Tag, morgen, Abend und haut da rein, Leute. Tschüss! Ciao! Bis zum nächsten Mal.